Google weiß alles, wie man das perfekte Augen-Make-up macht, wie man eine Bombe baut und was man machen muss, um wach zu bleiben, solange es geht. Gerade aufgewacht. Tag eins. Ich bin jetzt schon so fertig. Kein Plan, wie lange ich durchhalte. Dann werdet es endlich da, ja? Ich denke, ich habe mich seit einer Woche oder so nicht gesehen. Keine Ahnung. Ey, aus dem ganzen Kram, den du filmst, machst du, schneidest du so alles zusammen, machst du einen richtigen Film, so eine Stunde oder so und dann parken wir ihn auf YouTube und dann werden wir MEGOSDOS! Was? Alle machen sich immer Sorgen um uns. Generation Z. Aber weißt du, besser sich nicht nach Likes, statt sich kaputt zu saufen. Ist eh alles Illusion. Du wohnst sowieso bald in New York und schützt mit keinem Ehe und so. Wir? Nee, Mann. Ich komme ja nicht raus. Bullshit. Die Illusion, dass unser Leben schön ist. Ey, nein, nein! Mach's den Scheiß liegen, Mann! Wie lange seid ihr schon wach? Zweieinhalb Tage und zwei Nächte. Ey, hör auf zu filmen! Und was soll das mit dem ganzen gefilmen eigentlich? Mit dem Filmsganze wach sein. Aber so viel lässt du, fuck mich das! Und man wach bleiben, solange es geht, ohne drohen. Ey, spürst du das auch? Das ist krasser als heisein. Warum? Weil wir es können, weil uns keiner davon abhalten kann. Ich schau, oder? Vielleicht ist sie abgehauen. Mieke! Ich will irgendwas zu fühlen. Irgendwas. Es ist wenigstens pur. Hey! Ich will nicht nichts. Nee, du musst wach bleiben. Nein, wach!